Servus und guten Morgen meine lieben Freunde, wir machen heute aus gegebenem Anlass mal ein Mini-Review, nämlich zum Tamron 28-75 G2, weil ich habe nämlich ein absolutes Schnäppchen für euch heute dabei, aber dazu gleich mehr. Das G2 ist die zweite Auflage von einem der beliebtesten Vollformat-Objektive, die es eben so in letzter Zeit für die Sony-Kameras gab. Rein äußerlich ist es auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich habe hier mal zum Vergleich ein 17-70 und das hat eigentlich noch so dieses alte Gehäuse, das wir halt bisher von Tamron eben kennen. Und da sehen wir schon, rein verarbeitungstechnisch hat sich beim Tamron 28-75 G2 auf jeden Fall jede Menge getan. Wie der Name schon sagt, ist das 28-75 ein Zoom-Objektiv, das von 28 bis 75 mm zoomen kann. Dabei fällt auf jeden Fall auf, dass der Zoom wirklich super weich läuft, super angenehm. Genauso der Fokusring, der ist auch butterweich und steht eigentlich mittlerweile in der Generation einem Sony-Objektiv nicht mehr in viel nach. Wir haben rein äußerlich auf jeden Fall wieder ein Kunststoffgehäuse. Muss man dazu sagen, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Auf jeden Fall trägt es dazu bei, dass das Objektiv wirklich sehr leicht ist. Das ist ja auch so ein Vorteil von den Tamron-Objektiven generell. Wir haben hier immer sehr gute Qualität und sehr leichte Objektive. Aus der Erfahrung raus, die andere Leute halt schon mit den Tamron-Objektiven gemacht haben, gehe ich davon aus, dass das auch wirklich wieder ein Top-Objektiv ist, das auch sehr lange hält. Ich glaube, man muss sich heute keine Sorgen mehr machen vor einem Kunststoffgehäuse. Auf dem Objektiv steht es dann auch schon drauf, wir haben eine durchgehende Blende von f2.8 und damit haben wir halt wirklich einen super Zoom-Bereich mit durchgehend f2.8. Also von der Lichtstärke her geht es dann auch voll in Ordnung. Ja, 28-75 ist nicht das klassische 24-70, wie es halt bei vielen anderen Objektiven gibt. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass man, wenn man ein bisschen die Brennweiten verschiebt, dann kann man einfach das Objektiv deutlich kleiner und leichter bauen. Und das Ergebnis daraus ist, dass wir hier ein kleines, leichtes, kompaktes und auch noch relativ günstiges Vollformat Standard-Zoom haben, das durchgehend f2.8 bietet. Wenn du jetzt also untenrum auf die letzten 4 mm im Weitwinkel verzichten kannst, dann könnte das auf jeden Fall eine super Alternative für dich sein. Wenn wir uns das Objektiv noch ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, wir haben hier auch einen Knopf an der Seite, den wir halt frei belegen können in der Sony-Kamera und hier einen kleinen USB-Anschluss. Tja, und was hat es mit dem auf sich? Das 28-75 war mit eins der ersten Objektive von Tamron, die eben mit diesem USB-Anschluss kommen. Man kann hierüber dann und über das Tamron Lens Utility die Software von Tamron einfach das Objektiv noch auf seine eigenen Bedürfnisse einstellen. Zum Beispiel, wie rum der Fokusring laufen soll, wie schnell der Fokusring sein soll, was der Knopf hier macht und ganz viele andere Sachen. Wenn ihr dazu gerne mal noch ein Video hättet zum Lens Utility von Tamron, dann können wir das auch gerne mal machen. Die Naheinstellgrenze vom 28-75 G2 ist auch wirklich sagenhaft. Also für alle, die vielleicht auch ein bisschen Produktfotografie machen und dann nicht immer auf ein Makroobjektiv wechseln wollen, ist es auch nur eine coole Option. Ja, der Zoom-Range ist an sich sehr vielseitig. 28 mm ist halt nicht ganz. 24, also von der Weitwinklichkeit fehlt da ab und zu mal ein bisschen was. Aber die restlichen Brennweiten sind halt so die klassischen, die man damit abdeckt. 35, 50 und 70 beziehungsweise 75. Also es ist einfach super vielseitig. Die Abbildungsqualität soll sich im Vergleich zum Vorgänger nochmal deutlich verbessert haben. Das kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen, weil ich einfach damit gestartet habe und den Vorgänger nicht habe. Aber was ich sagen kann, das Objektiv liefert wirklich sehr, sehr solide ab. Mir gefällt es persönlich wirklich gut, was das Objektiv macht. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Jetzt kommen wir aber zu dem super Schnäppchen. Dafür müsst ihr unter Umständen aber wirklich schnell sein. Ihr könnt nämlich beim Fotofranz das 28,75 nochmal für 100 Euro weniger euch schnappen. Und damit ist es wirklich ein absolutes Schnäppchen aktuell. Und soweit ich gesehen habe, ist es wirklich der beste Preis, den es je für das 28,75 gab. Also schnell vorbeischauen. Ich werde es euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Beim Checkout einfach den Code SPETZLE100 eingeben. Aber auch das findet ihr unten. Und dann könnt ihr euch das für 100 Euro weniger schnappen. Also echt krasse Aktion. Und damit eines der besten Preis-Leistungs-Objektive, die es aktuell für Vollformat gibt. Ich glaube, es gibt wirklich nichts Besseres aktuell. Okay, das soll es also heute gewesen sein. Zu einem super schnellen Review. Wenn ihr mal was Ausführlicheres dazu haben wollt, dann sagt es mir gerne, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich bin raus für heute. Ciao.